Du hast dir über 20.000 Dollar schon auszahlen lassen, richtig? Circa tue ich pro Tag 30 Minuten traden. Das ist eigentlich das Wichtigste. Im Trading ist ja eigentlich eine klare Marktstruktur. Diese Marktstruktur muss 100%ig einfach sitzen. Insgesamt, wo ich meine erste Fremdkapital-Challenge freigeschaltet habe, war circa nach 4 bis 5 Monaten. An sich die Strategie zu erlernen, für mich persönlich war sehr einfach und ein Marktverständnis zu bekommen. Meine größte Hürde im ganzen Trading war an sich einfach die Emotionen. Ja, hi und herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Video. Heute habe ich wirklich einen mega geilen Special Guest einfach. Und ich habe heute den guten Janik hier bei uns im Office. Und ja, der gute Janik ist schon seit ein paar Tagen bei uns im Training halt auch drin. Seit über einem Jahr bist du, glaube ich, halt auch drin. Ja, genau. Genau, und ja, du hast auf jeden Fall sehr, sehr coole Erfolge. Du hast coole Storys für uns auch einmal mitgebracht. Das soll jetzt einmal hier auch ein bisschen dazu dienen, ja, dass du ein bisschen so Einblick hinter die Kulissen auch bekommst. Wie es beim Janik eigentlich halt auch läuft, der damals bei uns halt auch, ja, teilgenommen hat am Schulungsprojekt, am Mitgliederbereich. Ja, um erfolgreich zu traden, um mehr über Finanzen zu, ja, lernen. Und ja, heute möchte ich dich einfach mal ein bisschen so interviewen, ja, wie ist es bei dir so auch reingekommen? Was hat sich bei dir verändert, so vorher, nachher, Denkweise? Wie läuft es jetzt überhaupt mit dem Trading? Und vielleicht da kurz vorab, so kleiner Spoiler. Du hast dir über 20.000 Dollar schon auszahlen lassen, richtig? Okay, das wird auf jeden Fall spannend, das wird ein geiles Interview auf jeden Fall. Ich freue mich und ich hoffe, du hast auch Bock. Und ja, ich würde sagen, wir fangen erst mal so zu deiner Person eigentlich erst mal so ein bisschen halt auch an. So, wer bist du, wo kommst du her, wie jung bist du eigentlich, ja, und was war so eigentlich der Werdegang? Was hast du so studiert, vielleicht hast du nicht studiert, was hast du gearbeitet, Ausbildung gemacht? Das würde mich so ein bisschen auch so interessieren, ja, wahrscheinlich auch dem Zuschauer. Gerade auch bei uns im Mentoring-Programm ist es halt auch nochmal ganz, ganz wichtig. Deswegen, ja, schieß doch mal ganz gerne mal los. Gut, also ich bin der Janik, ich bin aktuell 25 Jahre alt. Ich komme aus Hessen, aus der Stadt Rödermark. Und mein Werdegang war so, ich habe damals nach meinem Realschulabschluss, habe ich eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht, habe die Ausbildung drei Jahre lang gemacht und habe danach mich fest anstellen lassen und habe nochmal drei Jahre in dem Beruf gearbeitet als Geselle und hatte dann irgendwann keine Lust mehr und wollte immer mehr auch was mit Kunden machen, weil ich dort im Kfz auch schon so ein bisschen im Kundendienst reingeschnuppert habe und bin dann durch eine damalige Freundin von mir, bin ich in den Versicherungsbereich gekommen. Die hat mich dort aufgenommen, ich habe dort ein kleines Praktikum gemacht und bin dann immer mehr dort reingekommen und habe dann dort als Quersteiger angefangen. Und habe dann aber irgendwann auch gemerkt, dass das alles für mich nichts ist und ich halt eher nach der finanziellen Freiheit suche. So, und auf dich und dein Team bin ich tatsächlich damals gekommen durch meinen Vater. Der hatte mir damals einen Beitrag geschickt von euch und ich hatte mir das angeguckt gehabt ganz in Ruhe und habe mich bei euch zum Erstgespräch gemeldet. Und so selber als Finanzberater, also eigentlich schon Versicherungsberater. Genau richtig, ja. Okay, also mal vielleicht da so bei der Thematik, das hat dir keinen Spaß gemacht oder wie war das da? Ja, also ich sage mal so, gerade im Versicherungsbereich, ich habe mich auch tatsächlich beim Verkaufen oder so bei den Kunden überhaupt nicht wohl gefühlt. Also es hat mir einfach nichts Gutes gegeben. Ich wollte den Kunden das nicht verkaufen, weil ich tatsächlich auch selber von nicht viel halte. Also musstest du Dinge verkaufen? Die ich eigentlich nicht, von denen ich selber nicht viel gehalten habe. Genau, richtig, ja. Genau, später kam es dann so, dass ich halt noch im Bereich Finanzen, also im Bereich Gold was machen konnte, also Edelmetalle und das auch an die Kunden verkaufen konnte. Da war auch der Punkt, okay, ich konnte das mit gutem Gewissen verkaufen, aber bei den Versicherungen etc. hat es aufgehört, genau. Okay, okay, das ist ja so dieses altbekannte Ding auch einfach, ne, bei so Versicherungen eigentlich, ne. Also okay, gerade in Deutschland ist es ja so ein bisschen publiker, so ja, okay, du brauchst für alles eine Versicherung, für dein Auto, für dein Haus, für, ja, Lebensversicherung einfach, so für den Hund noch am besten eine Versicherung, für die Katze, für die Maus, so, ja, das ist nur definitiv in Deutschland. Okay, also und dann ging es einfach weiter, also du wolltest eigentlich in diese finanzielle Freiheit. Warum war dir das so wichtig? Ja, es ging halt auch einfach darum, dass ich auch ortsunabhängig bin, also dass ich arbeiten kann, egal wo ich gerade auf der Welt bin, weil ich persönlich auch mit meiner Freundin zusammen, wir reisen viel, ja, wir bewegen uns auf der Welt viel, ja, und da ging es mir halt einfach darum, dass ich auch an einem Standort bleiben kann für eine längere Zeit. Wo warst du als letztes? In Thailand bei meinem Vater. Ah, okay, also dein Vater lebt schon in Thailand? Genau, der lebt in Thailand, ich habe ihn besucht mit der Familie zusammen und konnte von dort natürlich auch ausarbeiten. Das ist schon, das ist auf jeden Fall geil, ne, also gerade im 21. Jahrhundert. Und, ähm, okay, ja, das ist cool auf jeden Fall. Das ist dann so, machst du das dann vom Handy aus, machst du das eher so vom Smartphone? Ja, ich habe mein Tablet immer mit dabei, ein kleines Tablet und dort analysiere ich die Märkte und mache, setze die Trades von meinem Handy aus und das war's. Wie viel, wie viel Zeit investierst du eigentlich so in die Analyse, ins eigentliche Trading, so pro Tag? Also ich habe am Tag, von Montag bis Freitag, circa, tue ich pro Tag 30 Minuten traden. Das heißt, analysieren, die Märkte mir angucken und mit Trades setzen und vielleicht ein bisschen managen, verwalten, circa eine halbe Stunde am Tag. Plus, dass ich am Wochenende mir immer noch mal so eine Stunde bis zwei Stunden Zeit nehme, um halt noch mal die Märkte zu backtesten, meine Strategie noch mal zu backtesten. Okay, also schaust trotzdem, kontrollierst dich selber noch so ein bisschen, so Potenzial einfach möglich gewesen. Ja, das ist cool auf jeden Fall. Okay, wie hatten dein Vater dann letztendlich darauf reagiert? War der auch bei uns irgendwie schon Kunde oder wie ist dein Vater so auf uns aufmerksam geworden? Also, dass er dir eigentlich die Empfehlung so ausgesprochen hat? Also, das war damals so, es war so gewesen, er hat sich halt auch viel damit beschäftigt und auch selber mit Kryptowährungen, etc., also im Privaten beschäftigt. Und so hat er dann damals auf Telegram einen Beitrag gefunden von dir und hat sich auch dasselbe angeguckt und hat mir das halt, wie gesagt, so weitergeleitet und gesagt, schau dir das mal an, vielleicht ist das ganz interessant für dich. Okay, auch spannend auf jeden Fall. Ja. Cool. Dann ist man halt da natürlich auch, okay, weitergekommen. Ja, cool. Also, du hast ja gesagt, okay, 30 Minuten am Tag investierst du so ein bisschen. Ich möchte da so ein bisschen noch mehr rauskitzeln, so, was machst du genau dann an den Charts? Nach welcher Strategie gehst du halt auch eigentlich letztendlich halt auch vor? Wie hast du das aus den Kursen letztendlich halt auch mitgenommen? Das würde mich nochmal so auch interessieren. Wahrscheinlich auch den Zuschauern auch nochmal so ein bisschen interessieren. Wie schafft der Yannick das? Und ich habe ja am Anfang halt auch gesagt, du hast ja mit 20.000, also du hast ja schon 20.000 Euro einmal auch auszahlen lassen. Dollar oder Euro? Euro. Euro, okay. Euro, auch nochmal wichtig. Und das Ganze wird ja, hast du das mit Eigenkapital gemacht? Mit Fremdkapital. Mit Fremdkapital. Da haben wir ja gewisse Möglichkeiten einfach so. Darüber möchte ich auch auf jeden Fall mit dir jetzt gleich nochmal kurz drüber sprechen. Aber erstmal zur Strategie so an sich selber. Vielleicht hast du da noch ein paar Insights. Wie viele Trades setzt du so eigentlich am Tag? Weil jetzt hast du ja gesagt, okay, 30 Minuten am Tag ist schon mal cool. Ja, der eine oder andere denkt ja vielleicht auch, also warum nicht sechs Stunden und alle acht Stunden vielleicht erst mal? Also warum investierst du nicht sechs bis acht Stunden da rein? Also. Wenn das doch so gut funktioniert. Nein. Also wie gesagt, ich analysiere 30 Minuten am Tag circa den Markt und setze auch in diesen 30 Minuten meine Trades. Ich hatte anfangs, vom Beginn von deinem Kurs und allem, habe ich angefangen damit, verschiedene Strategien mir anzugucken. Habe verschiedene Strategien gebacktestet und auch ausprobiert, welche mir am besten liegt. Geblieben bin ich bei der Boss-Strategie. Also okay, du hast mit der Boss-Strategie, hast du dann einfach weitergemacht. Hast du erstmal so ein bisschen gebacktestet, weil wir haben ja mehrere Strategien auch im Mentoring-Programm. Weil wir haben einfach auch festgestellt, dass jeder Mensch ist einfach auch, ja, jeder Mensch ist nicht, also keiner ist gleich. Und es gibt Strategien, die sind halt eher so für Leute, für so Menschen halt auch geeignet, die voll analytisch halt auch eher so den Fokus haben. Ja, dass man wirklich so alles aufs tiefste Detail hat auch verstehen wollen. Dann aber auch Strategien, die einfach ein bisschen oberflächlicher sind, weil das auch ausreicht theoretisch gesehen, um erfolgreich zu traden. Ja, man muss nicht sich irgendwie 100 Indikatoren da einfügen. Das ist halt auch so ein Mythos, weil dann sieht man auch am Ende den Wald vor lauter Bäumen halt auch nicht mehr. Das ist halt so ein großes Manko, gerade im Trading. Vielleicht da so, wie gehst du so bei der Analyse so vor? Wir haben ja eben vorab natürlich auch schon mal ein bisschen gesprochen gehabt. Da hat man ja auch so ein bisschen auch schon mal gesagt, so hey, das ist eigentlich das Wichtigste. Im Trading ist ja eigentlich eine klare Marktstruktur. Also diese Marktstruktur muss 100%ig einfach sitzen, weil darauf baut einfach alles auf. Alle Indikatoren, sei es von Fibonacci-Levels, sei es von, was weiß ich, so Bottom-Indikatoren, also diese Oszillatoren, wenn man das schon mal so verwendet hat. Die bauen alle auf dieser Basic-Marktstruktur einfach halt auch einfach auf. Und das ist wirklich ein großer Fehler, den Trader immer grundlegend auch immer machen. Ja, dass man da, dass man diese Basics, wirklich, dass man diese Basics nicht mehr beherrscht, weil man dann so denkt, okay, ich verlasse mich auf einen Indikator. Der analysiert das alles für mich und der ist zu 100% richtig, aber letztendlich ein Indikator nimmt ja auch nur die Daten aus der Vergangenheit her. Und wir müssen aber trotzdem im Hier und Jetzt bleiben. Deswegen ist diese Strukturen halt auch wichtig und wie verhalte ich mich in gewissen Phasen. Weil eigentlich gibt es ja nur eine 50-50-Chance, aber wir müssen schauen, okay, in was für einem Zyklus befinden wir uns einfach und dann können wir diesen Zyklus handeln. Beispielsweise, ja, ein Bitcoin-Bull-Run-Markt, ja, das ist super einfach zu handeln, weil es geht eh nur in eine Richtung. Das ist halt auch ähnlich wie bei Großaktien, weil diese Unternehmen, die wachsen ja da auch einfach. Bis dann wird mal große Korrekturen kommen und dann ist das ganz gut. Und da ist vielleicht jetzt erstmal so wichtig, okay, also du gehst auch nach einer klaren Marktstruktur, du gehst da nach klaren Mustern, da müssen wir jetzt vielleicht gar nicht so tief drauf eingehen. Aber wie viele Trades machst du eigentlich am Tag und, ja genau, wie viele Trades machst du eigentlich am Tag? Also, um nochmal darauf zurückzukommen, am Anfang war es so, dass ich ziemlich viel getradet habe und auch immer gedacht habe, ich muss so und so viele Stunden am Tag traden. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass es einfach keinen Sinn macht, dass ich mich an einen strikten Plan halten muss und den habe ich mir dann damals entworfen. Und bei mir ist es so, wie gesagt, in den 30 Minuten, die ich am Tag trade, habe ich zwei Währungspaare, die ich trade, also nur im Forex-Markt und habe auch nur 1 bis 2 Trades pro Tag, die ich setze mit einem Verlustrisiko von 0,5 bis 1%. Wenn diese überschritten worden sind am Tag, ist der Trading-Tag für mich vorbei. Okay, damit du das so gesehen in den nächsten Tagen. Richtig. Ja, okay. Ja, und okay, 1 bis 2 Trades, das reicht ja auch vollkommen aus, 30 Minuten Zeitaufwand. Genau. Warum hörst du dann aber auch auf, ja? Also, warum hörst du halt auf, warum tradest du nicht 6 bis 8 Stunden? Weil ich würde sagen, mich würden dann nach gewissen Zeit, würden mich einfach die Emotionen übermannen. Ja, dass ich halt dann einfach sage, okay, ich komme ins Overtrading und dann geht auch nichts mehr. Mein Kopf ist dann dicht und dann geht auch einfach nichts mehr. Ja, okay. Ja, das ist geil. Deshalb, ich habe, wie gesagt, ein gewisses Limit und dann war es das auch. Ja, weil das ist auch so ein Thema, weil gerade so auf Social Media kriege ich das auch super oft auch als Frage oder auch neue Teilnehmer, die vielleicht auch reinkommen, die haben vielleicht auch andere Erwartungshaltungen. Dann, bis man erstmal selber diese Erfahrung halt auch macht, bekommt man mal so in diesen Step rein, man kommt in dieses Overtrading halt auch rein und du hast einen wichtigen Punkt gesagt, diese Emotionen. Ja, da können wir auch mal ein bisschen genauer auch noch mal drauf eingehen, weil vielleicht kennt der eine oder andere das auf jeden Fall halt auch, ne? Gerade wenn man schon mal die ersten Trades gemacht hat, wie dann auch Emotionen auch kicken können, gerade auch bei Verlusten. Und deswegen ist es halt echt wichtig, so eine, so eine, so eine, sich selber ein eigenes Regelwerk auch zu bauen. Das ist nämlich wichtig, wir können das auch nicht zu 100 Prozent vorgeben, wir können natürlich schon so eine Richtung immer vorgeben. Aber am Ende, was, was ist bei dir selber, was geht bei dir selber halt auch ab? Die Emotionen, Angst und Gier, das spielt halt an der Börse ja eine so große Rolle, also gerade im Trading. Und würdest du sagen, also wenn du jetzt die zwei Trades zum Beispiel verloren hast, wenn du jetzt zwei Trades gesetzt hast, dann hast du, sagen wir mal, jetzt ein Prozent verloren, ja, die ein Prozent kann man ja auch wieder rein traden, so in den nächsten Tagen. Hast du das auch mal ausprobiert, sag ich mal, mehr Trades zu traden und dann hast du natürlich mehr so mal eine Losing Streak, so nennen wir das halt einfach. Ja, also ich sag mal jetzt, seit den letzten Monaten gar nicht mehr, weil wie gesagt, ich halte mich strikt an den Plan, aber am Anfang, wo ich angefangen habe, auch gerade mit den Fremdkapital Challenges, da habe ich auch gedacht, okay, ich habe jetzt ein Prozent verloren, ich setze nochmal ein Trade und nochmal ein Trade und nochmal ein Trade und nochmal ein Trade, um diese Tausend wieder aufzuholen und war dann auch so weit, dass ich auch die Challenge einfach verloren habe. Was ja auch eigentlich okay ist, weil man kann sein Kapital durch dieses Fremdkapital Trading ja auch gut schützen. Genau. Da hast du sogar zwei Punkte auch, dass dieses teilweise auch Rache-Trading ist halt auch so ein richtig großer Tradingfehler und einmal auch die Verluste wieder schnell auszugleichen, weil wir Menschen haben das ja eigentlich nicht so gelernt, so eigentlich mit Verlusten eigentlich umzugehen, dass man auch falsch liegen darf. Also wichtig ist, was hast du so für eine Gewinnquote von den Trades, so ungefähr nur, muss jetzt nicht hundertprozentig genau sein, wahrscheinlich aber nicht hundertprozentig, richtig? Nein, hundertprozentig. Ich würde sagen, es ist von Monat zu Monat unterschiedlich, so 50 bis 60 Prozent Gewinnquote, würde ich sagen. Es ist eigentlich so, dass du eigentlich bereit bist in der Theorie, einen Teil zu verlieren, sag ich mal, einen Teil, und bist aber bereit, zwei, drei, vier, fünf Teile zu gewinnen, oder? Genau. Also eigentlich so ein mathematisches Spiel letztendlich, ne? Dann kann man damit, dann kann man halt auch genügend Trades falsch liegen, aber halt auch mit den richtigen Trades einfach auch richtig liegen und dann funktioniert das, ne? Um alles einfach wieder rauszuholen, zum Beispiel den Verlust. Ja. Und dann ist eher so die Zeit, die auf deiner Seite ist, oder? Genau. Wichtige Tipps und Tricks hier, ja? Also gerne auch mitschreiben, wenn man jetzt hier noch irgendwelche Probleme selber halt auch hat, das ist wirklich, wirklich wichtig. Ähm, weil jeder macht halt so auch andere Erfahrungen, sei es für ein Drache-Trading und, 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 ja. Auch ein eher wichtiger Punkt einfach, ne? Und, ähm, ich glaube, du hast dann ein gutes System für dich halt auch gefunden, dass du halt einfach auch diese 30 Minuten nur tradest, ein bis zwei Trades halt auch machst. Warum? Weil diese Emotionen, dass du einfach deine eigene Balance einfach letztendlich halt auch findest, so würde ich es jetzt einfach mal auch ausdrücken. Weil das ist wirklich auch wichtig und entscheidend, weil man braucht ja nicht 100 Trades am Tag zu planen, zu setzen oder Sonstiges. Ja, wenn man gezielt sein Management halt auch gefunden hat und, ähm, das einfach replizierbar machen kann, ein schönes System entwickelt hat, dann einfach, let's go. Und dann hat man eigentlich ja dieses Ding, weil du hast ja ganz am Anfang gesagt, diese finanzielle Freiheit ist ja auch irgendwo wichtig. Ja. Oder auch diese Unabhängigkeit, besser gesagt, ne? Und dass du wirklich das von überall aus auch eigentlich machen kannst, ne? Und was immer auch ein wichtiger Punkt ist, was ich auch immer so bei Social Media halt auch sehe, ähm, hey, wenn du so viel Geld damit verdienst, also Flo, hey, wenn du so viel Geld damit verdienst, da kannst du es doch auch acht oder zehn Stunden oder Sonstiges halt auch machen. Und, ähm, du schmunzelt auch schon so ein bisschen direkt, aber das ist gar nicht so zielführend, weil man will ja eigentlich finanziell frei sein. Genau. Und dann ist es ja eigentlich paradox, dass man dann eigentlich die ganze Zeit vor den Charts hängen möchte, ne? Deswegen lieber gezielt die 30 Minuten, also das würdest du auch so unterschreiben? Ja. Ja, okay. Das ist dann wirklich diese finanzielle Freiheit, also selber zu entscheiden, okay, es gibt auch mal Tage bei dir, wo du vielleicht auch nochmal so, also morgens, mittags, abends mal reinschaust? Ja, ich schaue immer ab und zu mal nochmal rein kurz, aber wie gesagt, wenn ich mein bestimmtes Gewinnziel am Tag erreicht habe oder mein Verlustlimit erreicht habe, war es für mich gewesen, der Tag vom Trading her, aber nochmal die Märkte nochmal ein bisschen analysieren, das mache ich einfach aus Interesse von mir. Okay. Macht wahrscheinlich auch Spaß, oder? Genau, weil es mir halt auch Spaß macht, richtig. Geld verdienen kann auch Spaß machen. Ja. Das ist cool. Okay, ähm, weitere wichtige Frage, was darauf aufbaut, ähm, bei der Analyse, wie sieht es mit einem Trading Journal aus? Bei dir. Führst du einen Trading Journal? Trackst du dich da selber? Ähm, kannst du komplett offen und ehrlich sein, halt, wie es halt auch so ist? Und, äh, weil das ja auch bei vielen immer so der Fall ist, äh, was ich auch immer wieder feststelle, so, okay, dann bis zu einem gewissen Grad wird so ein Journal geführt, dann wird es vielleicht mal ein bisschen schleifen lassen, dann kommt es vielleicht wieder halt auch rein, aber warum kommt es auch wieder rein? Was ist so, was ist so deine Herangehensweise? Führst du überhaupt eins? Ja, also aktuell führe ich eins, ja. Wo habe ich meine Fehler gemacht? Also du betreibst eigentlich, also du führst das Trading Journal, machst dann eigentlich eine Selbstanalyse, ne? Ja. Dass eigentlich am Wochenende, hey, waren die Trades gut? Also, dass du selber eigentlich dich selber bewerten kannst eigentlich, ne? Wieso eigentlich dein eigener Coach, dein eigener Mentor so selber, ne? Weil, ähm, genau, weil man hat vielleicht nochmal eine andere Sichtweise, wenn man jetzt die Trades, zum Beispiel am Sonntag analysiere ich die Trades und ich schaue dann auf Montag, äh, und keine Ahnung, was ich am Montag gemacht habe, so, ne? Das ist ja, wer weiß, dass ich Montag gegessen habe, so, man weiß es ja gar nicht mehr, so, ne? So, aber genau, dass man sich selber nochmal bewerten kann eigentlich, oder? Genau, genau. Okay. Das ist einfach, damit ich mich immer selber bewerten kann und sehen kann, wo stecken die Fehler, was kann ich verbessern und... Ja. Das schreibst du ja dann einfach ins Journal mit auf, da gibt es dann wahrscheinlich so einen Reiter nochmal. Ja. Mhm, und, ähm, gegebenenfalls erweitest du vielleicht auch nochmal dein Regelwerk oder eher auch nicht, also wirst du das da auch erkennen, dass du vielleicht so, zum Beispiel dein Regelwerk ist ja 30 Minuten am Tag ein Traden, zwei Trades maximal. Genau. Äh, Verlustrisiko, dass es halt auch klar definiert ist, dass du dann da einfach so das auch erweiterst oder, oder steht das einfach jetzt schon zu 100% und musst du gar nicht mehr erweitern? Nö, also das steht zu 100%, also das Regelwerk wird immer eingehalten, ja, ob ich jetzt bei dem Verlust, ich analysiere halt, wie gesagt, nur anhand der, Verlusttrades, was ich optimieren kann. Ah, okay. Und das war's, genau. Ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt haben, aber, äh, du hast ja deinen Job ja auch gekündigt, ja, du bist ja nicht mehr in der Versicherungsbranche drin, tätig und Co. Äh, Gott sei Dank, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, ähm, du tradest 30 Minuten am Tag, was machst du die ganze andere Zeit in deinem Tag? Also ich sag mal so, ich hab jetzt unter der Woche, hab ich eigentlich immer einen strikten Tagesablauf, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, dass ich erstmal mein Morgen genieße, erstmal entspannt bin, ja, entspannt aufwache und nicht im Stress. Und, dass ich dann, ähm, nach meinem Kaffee natürlich mich entspannt an die Trades setze, also an die Charts und, wie gesagt, eine halbe Stunde insgesamt darin investiere, zu traden. Mhm. Danach ziehe ich meistens, nicht jeden Tag, aber so alle zwei Tage ein Sportprogramm durch, dass ich ein bisschen Sport mache, einfach fit und so weiter. und hab nebenbei auch noch einen Hund, mit dem ich mich sowieso draußen bewege, ja. Ach gut. Und, ähm, ja, was mach ich denn? Ja, was mach ich denn? Das ist ein Luxusproblem. Ja. Das ist nicht ein großer, großer Punkt. Ja, eigentlich. Was macht man denn eigentlich so? Ja, sorry, aber da muss ich grad echt überlegen. Ja, also, ich kenn das Gefühl halt auch, deswegen, also. Ja, weil man überlegt so was. Was mach ich sonst eigentlich den ganzen Tag? Ja, eigentlich, trotzdem immer weiterbilden halt, weil das ist eigentlich inzwischen Hobby geworden. Ja, ich mein, ich mein, klar, mit dem Hund kann man ja auch immer gut auch rausgehen, das ist ja auch so ein bisschen immer, das ist einfach immer cool. Hast du eine Freundin? Genau, ja, ich bin seit drei Jahren mit meiner Freundin zusammen, wir leben auch gemeinsam. Das heißt, abends ist immer Planung mit Freundin. Ja, okay. Genau. Auf Freizeit genießen. Was sagt deine Freundin dazu, dass du Trader bist? Also, ganz am Anfang, sie war nicht skeptisch, auf gar keinen Fall. Sie fand das gut und sie fand es auch gut, dass ich das erstmal nebenher mach beim Job, um einfach mehr auch Geld zu verdienen, auch für mich selber. Und als es soweit gekommen ist, dass ich halt meinen Job kündigen konnte, hat sie sich halt auch sehr gefreut, weil sie auch gemerkt hat, dass es mir auch mental dadurch besser geht einfach. Ja, dass ich auch freier vom Kopf bin und auch allgemein wieder entspannter bin, was sich natürlich auch auf die Beziehung auswirkt. Und sie findet es super und zeigt auch selber Interesse dran und setzt sich auch mal neben mich und guckt mir auch mal zu und fragt mich einfach Sachen dazu. Auch cool. Hat ihr auch selber schon mal auch versucht zu traden? Ja, ich habe es mit ihr schon ein paar Mal versucht. Ja, ich habe ja auch TradingView zum Beispiel eingerichtet, wo sie auch mal Charts analysieren kann. Und also sie zeigt auf jeden Fall auch Interesse, was ich selber auch sehr gut finde. Ja, das ist doch eigentlich auch wichtig, so in der Beziehung eigentlich so, dass die Partnerin oder der Partner sollte sich da ja auch ein bisschen dafür interessieren, hey, was macht der eigentlich so den ganzen Tag? Das sind so irgendwelche kriminellen Sachen. Kann man ja nicht sagen, dass Online-Geld verdienen, vor allem halt, wenn du da auch schon gute 20.000 Euro halt auch auszahlen lassen hast. Ist auch natürlich auch stabil. Da können wir auch natürlich gleich noch drüber reden. Okay, wie war so der Rest so in deinem Umfeld? Gab es da Freunde, Bekannte, die da vielleicht das auch so komisch fanden, was du da überhaupt machst? Ja, also ich sage mal, ich hatte Freunde auf jeden Fall, die definitiv skeptisch waren und auch gerade von diesem Fremdkapital-Modell eher skeptisch waren und dachten, das kann niemals so funktionieren. Und auch, mir ist zwar nicht unbedingt ausgeredet haben, aber halt sehr negativ darauf reagiert haben. Von familiärer Seite fanden es alle cool. Jeder hat mich unterstützt. Also ich hatte die volle Unterstützung von meiner Familie, von meinem Vater sowieso. Okay, das ist auch cool. Genau. Ja, cool. Mit deinem Vater. Ja, cool. Und, okay, der eine oder andere hat vielleicht aber auch so manchmal auch Probleme, weil meistens sind es immer die engsten Leute, die einen vielleicht auch runterziehen. Also Freundinnen, also Partner ist immer ein ganz großes Thema auf jeden Fall. Die Eltern spielen auch echt eine große Rolle, weil teilweise können die es ja auch gar nicht greifen. Aber danach kommen eigentlich so auch die Freunde und Familie, also so eigentlich noch so. Gab es da irgendwie Leute, vielleicht noch die, keine Ahnung, die das dann gar nicht greifen konnten und die dann keinen Bock mehr auf dich hatten vielleicht? Oder dachten, vielleicht du bist sogar ein Scamer, Betrüger oder sowas halt? Also das ist jetzt nicht direkt, dass ich ein Scamer oder Betrüger bin, aber es gab halt auch viele Freunde, also in meinem Kreis. Ich hatte damals einen ziemlich großen Kreis, von denen ich mich dann halt auch immer mehr distanziert habe, weil die mich eher, weil ich halt auch währenddessen auch gemerkt habe, dass die mich eher ins Negative ziehen anstatt ins Positive. Auch was jetzt zum Beispiel Geld, finanzielle Freiheit angeht, ja, und mich da auch nicht unterstützt haben, von denen ich mich dann halt eben distanziert habe, genau. Geil, also geil auf der einen Seite, weil du ziehst dann einfach zu deinen Dingen einfach letztendlich halt auch durch, ne? Und was die, ähm, was die dann halt auch sagen, du lässt dich nicht runterziehen, sondern, also, dass man eigentlich ein positives Mindset eigentlich entwickelt, ne? Okay, cool. Ähm, hat sich denn noch irgendwas so in deinem Mindset auch, also das ist erstmal auch ein wichtiger Punkt, das Ganze auch auszusatieren, also Leute, die einen eher nerven, Leute, die einen runterziehen, sollte man eher auf jeden Fall, ja, Abstand halt auch halten, ne? Das merkt man dann auch immer mehr kennen, wenn man dann auch eine Veränderung auch letztendlich halt auch eingeht, ähm, weil ich meine, du bist damals, ähm, ich bin selber überlegen, wann du genau bei uns auch reingekommen bist, ähm, was, 22? Genau. Ja, 2022, ne? Genau. Ja, Anfang, 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 Anfang 22, ne? Anfang 22, ne? Wie lange hat es gedauert, also wir können auch mal ein bisschen auf dieses Fremdkapital-Thema auch eingehen, wie lange hat es eigentlich gedauert, ähm, also was hast du so in den Kursen noch so gemacht, wie lange hast du gebraucht, um das Ganze dir auch beizubringen, bist du in den Live-Calls da gewesen, ähm, und, ja, wie lange hat es eigentlich bei dir gedauert, das Trading zu erlernen? Okay, also bei mir war das so, als ich den Kurs damals gekauft habe, habe ich wirklich ab dem Tag, wo ich den Kurs hatte, jeden Tag die Videos gesuchtet, rauf und ab, nach Feierabend direkt Videos geguckt, immer in den Live-Calls dabei gewesen und habe dann erstmal natürlich auch mit dem Demo-Konto angefangen, um erstmal die Strategien erstmal zu testen, um das erstmal alles zu probieren, ein bisschen praktische Erfahrung zu haben und insgesamt, wo ich meine erste Fremdkapital-Challenge freigeschaltet habe, war circa nach vier bis fünf Monaten. Genau, auch schon mal cool, ähm, mal vielleicht kurz, äh, bei diesem Fremdkapital-Thema können wir ja mal ganz kurz, äh, auch den Zuschauern nochmal kurz auch abholen, was ist das überhaupt genau, also kann man es überhaupt greifen, weil, ähm, der eine oder andere versteht das Prinzip halt gar nicht, also wir haben ja die Methode einmal mit Eigenkapital zu traden, also, klar, wenn ich jetzt selber 500 Euro auf dem Bankkonto habe, kann ich ja damit traden, ähm, aber mit 500 Euro aktiv zu traden, ist jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt, so, und man hat ja dann nochmal andere Möglichkeiten, da kommt ja diese Fremdkapital-Firma mit ins Spiel, und, ähm, dass man dann am Ende, äh, was für ein Konto hast du hier frei gehandelt, ein 100.000? Äh, 100.000 Dollar-Konto, genau. Was hast du dafür bezahlt, für dieses 100.000-Dollar-Konto? Äh, ich hab damals 500 Euro dafür bezahlt und musste natürlich eine bestimmte Challenge absolvieren, um überhaupt dieses Konto handeln zu dürfen. Mhm. Nachdem ich das, die Challenge absolviert hab, erfolgreich war, konnte ich dann ein 100.000-Euro-Konto traden, genau. Mhm. Und dann hast du auch die 500 Euro wiederbekommen, oder? Genau, und dann hab ich die 500 Euro wiederbekommen, nachdem ich das Konto erfolgreich bestanden hab. Okay, ja, ist cool. Und, ähm, die Challenges, die sind einfach nur, das ist ja nur ein gewisses Regelwerk, also Verlustbegrenzung nicht zu überschreiten, äh, dass du ein paar Mindest-Trading-Tage halt auch hast, ja, aber das wird auch immer lockerer und lockerer. Naja, okay, und dann hat man einfach diese Challenges und, ja, das ist einfach ein cooles Projekt eigentlich, oder? Also, wenn man verstanden hat, wie die Regeln sind, wenn man sich selber diszipliniert an die Regeln hält, dann kann man das eigentlich ganz gut auch schaffen, oder? Ja. Und dann hast du dir regelmäßig eigentlich, monatlich zahlst du ja, ja, ein gutes Einkommen eigentlich ja daraus, ne? Okay, cool. Und jetzt zusammen, so akkumuliert, so zusammengefasst, ja, haben wir ja eben schon gesagt, 20.000 Euro schon, ne? Das ist cool auf jeden Fall. Dann hast du, wann hast du deinen Job gekündigt? Das wäre auch nochmal interessant. Mein Job habe ich jetzt 2023 gekündigt im Februar und war dann zum März befreit und habe seitdem aktiv halt getradet. Geil. Kommen wir nochmal ein bisschen so auf dieses Trading-Thema halt auch ein. Was waren so deine größten Learnings eigentlich so beim Trading? Also, ich sag mal so, an sich die Strategie zu erlernen, für mich persönlich war sehr einfach und ein Marktverständnis zu bekommen. Meine größte Hürde im ganzen Trading war an sich einfach die Emotionen. Das heißt, die Emotionen unter Kontrolle zu halten, wie zum Beispiel Gier oder Angst, einen Trade zu verpassen und genau. Okay. Ja, cool. Gab es auch so richtig krasse Trading-Fehler nochmal so, die du dann noch so hast oder gibt es noch weitere Learnings, wie du mit deinen Emotionen einfach halt auch umgehst? Also, meine größte Hürde war eigentlich immer die Geduld. Ich hatte keine Geduld, sehr wenig Geduld. Und das habe ich tatsächlich durch einen Tipp einfach nur so gemacht, dass ich mir einen Timer stelle und erst ab, wenn der Timer abgelaufen ist, dass ich dann erst wieder auf die Charts gucke. Dass ich halt nicht die ganze Zeit vor den Charts sitze, dass ich halt meinen Trade setze und in Ruhe was anderes in der Zeit mache. Geil. Ja. Anfangs war halt immer so gewesen, ich bin jede Minute zum Chart, ja, wo ist der, ist der Long, Short, wo geht der Chart hin? Und dadurch habe ich das einfach in den Griff bekommen, meine Geduld so ein bisschen zu kontrollieren. Zu kontrollieren. Genau, ja. Von Gewinne mitnehmen ist noch niemand arm geworden. Ja. Was hältst du davon? Ja, auf jeden Fall. Gewinne sollte man immer mitnehmen, definitiv. Ja. Dass ich vielleicht zwei Take-Profits habe oder zwei bis drei Take-Profits, dass ich immer ab einem bestimmten Punkt mir Gewinne rausziehe und dann sorgenfrei die Position einfach laufen lassen kann. Okay. Ja. Also passt da noch eine Stop-Loss an? Nein, überhaupt nicht. Okay, eine Stop-Loss rührst du gar nicht an? Nein, am Anfang habe ich den Fehler immer gemacht und dann hat er immer einen Break-Even geholt und dann ist er doch in die Richtung gegangen, wo ich gesagt habe, geht er durch die Analyse. Aber das mache ich seitdem nicht. Ich nehme meine Take-Profits mit und lasse den Trade so durchlaufen. Sehr gut. Videos auf jeden Fall gut angeschaut für die Struktur. Genau. Genau. Never ever move your Stop-Loss. Ja. Auch ganz wichtig. So. Okay. Also lieber Teilgewinne mal mitnehmen, einfach die Position einfach verkleinern und dann ist das Ding ja eigentlich auch wie ein sicherer Trade. Ja. Und dann kann er einfach laufen lassen. Weil du hast ja eh Gewinne mitgenommen. Wenn er dann vielleicht nochmal komplett umdreht und in den Stop-Loss geht, solltest du bisher eigentlich eh so oder so halt auch Break-Even. Genau. Oder immer noch im Gewinn, ja. Oder immer noch im Gewinn, genau. Und das ist deswegen so, das ist einfach eine gute Logik, bevor dann der Markt halt einfach mal umdreht, weil es gab ja einen Punkt, warum da der Einstieg war und wo der Stop-Loss auch gewählt worden ist. Ja. Hat ganz besondere Gründe, mit der richtigen Strategie auf jeden Fall, die ja, wie du auch sagst, nicht so kompliziert ist, sondern auch eher einfach ist. Mhm. Okay. Ja, cool. Willst du auch mal auswandern? Oder, weil du hast ja auch gesagt, dein Vater ist in Thailand. Ja. Du warst auch schon mal in Thailand. Vielleicht da nochmal so ein bisschen Story nochmal zu dir. Also, willst du nach Thailand auch auswandern? Nee, also das wäre jetzt nicht so mein Reiseziel. Da meine, also jetzt aktuell würde ich gerne hier in Deutschland bleiben und will auch hier weiter meinem Beruf nachgehen. Meine Freundin ist ja auch noch in einem Angestelltenverhältnis, deshalb sind wir aktuell hier. Wenn ich auswandern würde, dann nach Irland, weil meine Freundin Iren ist, also halb Iren. Ja. Und wir jetzt auch schon öfters in Irland waren, sie dort auch Familie hat und das wäre ein Ziel, wo ich sagen würde, dort könnte ich leben. Ja. Auch mega schön, ja. Auch eher so naturmäßig. Mehr Grün, mehr Tiere. Mehr Grün. Genau. Also sagst du Dubai auf gar keinen Fall? Nein. Nein. Ja, okay. Nein. Urlaub gerne, aber... Ja. So eine kleine Wüste. Okay. Ich bin auch eher der Natur, also Naturfreund auf jeden Fall. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Irland ist auf jeden Fall, ja. Also war ich selber noch nicht da, aber ist auf jeden Fall auch ein geiles Reiseziel. Ja. Auf jeden Fall. Können wir mal aufschreiben auf jeden Fall. Wie sind denn eigentlich so deine Kosten so? Also wenn man jetzt so sagt, okay, du bist so Trader, da stellt sich vielleicht der eine oder andere vor, okay, der fährt bestimmt ein Lambo, kostet auch ein bisschen Geld, so 200-300k, je nachdem was man hat. Spritkosten auch teuer. Ja. Vielleicht nochmal eine Eigentumswohnung, ja volles Programm halt irgendwie. Wie viele, aber wie sieht denn eigentlich letztendlich wirklich so eine Kostenstruktur halt auch so aktuell bei dir aus, wenn du das erzählen möchtest? Ja, also ich sage vorab direkt, ich bin allgemein nicht so konsumgesteuert, dass ich jetzt unbedingt die extrem teuersten Sachen brauche und das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Aktuell, da ich auch nicht zur Miete wohne, das heißt, weil wir von der Familie her ein großes Haus haben, wo jeder drin, wo jeder lebt, wo jeder seine eigene Wohnung hat, habe ich halt da auch keine Mietkosten und komme eigentlich mit um die 1000 Euro im Monat klar. Ja, schon stabil, also keine Lamborghini. Keine, noch nicht, vielleicht, irgendwann, ja. Okay, ja nee, das ist aber gut, das hast du schon sehr gut im Griff, also 1000 Euro ist auf jeden Fall gut. Für dich und deine Freundin auch oder nur für dich jetzt? Nein, jetzt nur für mich. Okay, ja, das ist aber eigentlich ganz legitim, also cool auf jeden Fall, also 1000 Euro, dann hast du letztendlich auch keinen wirklichen Druck, also das ist eigentlich kein Druck, so richtig Performance, jeden Monat muss es richtig ballern so, also musst du auf jeden Fall so, 10.000 Euro müssen rauskommen, da hast du gar keinen Druck, das ist auch sehr wichtig eigentlich auch im Training. Genau, also das Einzige, wo ich halt immer sage, wo ich dann halt auch mehr Geld in die Hand nehme oder so, ist, wenn ich mit meiner Freundin auf eine Reise gehe, wenn wir verreisen, dann auf jeden Fall, da kann man sich dann schon mal was richtig gönnen und, Ja, geil. Aber jetzt so vom allgemeinen Konsum her, ja, bisschen smarter. Ja, bodenständig auf jeden Fall, ja, wofür halt auch, ne, also wofür brauchst du halt nicht das schickste Auto oder die teuerste Uhr oder sowas halt. Naja, okay, Hauptsache man ist selber auch glücklich mit sich selber, so und eher mit einer Partnerin, das ist cool. Was ist deine persönliche Meinung, warum die Leute beim Traden scheitern? Weil sie einfach keinen strikten Handelsplan haben und oftmals ist es so, dass die Leute einen Handelsplan haben, ja, aber sich einfach nicht dran halten, ja, und den Handelsplan mittendrin einfach wieder über Bord werfen, weil der Markt nicht so reagiert, wie sie dachten. Also ich denke mal, das Wichtigste ist, dass die Leute immer einen Handelsplan haben, definitiv einen Handelsplan und einen Journal führen. Was muss in einem Handelsplan drinstehen? Was tradest du, welche Paare tradest du, wenn wir jetzt vom Forex-Markt ausgehen, wie viele Verlusttrades darf ich pro Tag haben und wie viel Verlust im Prozent darf ich pro Tag haben. Ich würde sagen, das sind so die drei wichtigsten Sachen, die auf jeden Fall drinstehen sollten und wo dann halt mein Ausstieg ist am Tag. Ja, und würdest du auch sagen, man sollte sich auch ein Tagesziel setzen? Ein Tagesziel persönlich habe ich bis jetzt auch noch nie gehabt, würde ich auch persönlich nicht machen. Sehr gut, okay, das ist auch wichtig. Wenn man das Tagesziel dann nicht erreicht, ist man vielleicht dann am Ende des Tages frustriert, weil man es eben nicht erreicht hat. Ja, genau, das ist eine geile Antwort auf jeden Fall, genau das finde ich auch wichtig, dass man gar kein Tagesziel letztendlich halt auch hat und dass man das eher so ein bisschen Perspektive ein bisschen erweitert, weil wenn du ein Tagesziel letztendlich halt auch hast, dann bewährst du eigentlich ein bis zwei Trades, also jetzt für dich zum Beispiel ein bis zwei Trades, für andere vielleicht nur fünf Trades oder wie viel auch immer. Das ist nicht so wirklich zielführend und lieber so ein Big Picture betrachten, vielleicht eher den Monat betrachten. Was wäre da denn so eigentlich für ein Ziel? Hast du ein Monatsziel dann ungefähr oder ist das auch so komplett einfach offen, was der Markt so hergibt? Ja, Monatsziel würde ich schon sagen, sodass ich so zwischen fünf bis zehn Prozent von meinem Konto mache, auf jeden Fall. Und wenn, wie gesagt, wenn ich es nicht erreiche, dann ist es so. Ja, also wenn du mal drei Prozent jetzt machst von deinem Konto, dann bist du jetzt nicht traurig und bist sogar abgefuckt. Okay, nee, das ist genau, das ist nämlich auch wichtig. Wichtig eher ist halt, was du auch gesagt hast, eher dieses Verlustmanagement am Tag sich zu begrenzen einfach, dass man dann sagen kann, boah. Weil es gibt ja einfach mal Tage, das kennst du ja halt auch, wo man einfach so denkt, boah, wie kann das denn jetzt passieren so? Aber dann einfach so am Ende kann man einfach sagen, hey, komm, Verlustziel ist auch erreicht, meine Verlustgrenze wurde getriggert, ich mache das Ding einfach aus, ich schaue einfach morgen nochmal. Und spätestens am Wochenende kann ich nochmal genauer analysieren. Okay, ja, cool. Echt viele Trading Insights auf jeden Fall. Klar, Trading Journal führst du ja auch jetzt auf jeden Fall, genau, ist auch ein wichtiger Punkt. Okay, also die drei wichtigsten Punkte. Sollte noch irgendwas im Handelsplan letztendlich drinstehen? Oder warum denkst du halt auch, dass die Leute gar nicht so diesem Handelsplan folgen? Woher kommt das zustande? Ich würde sagen, wenn die Leute am Traden sind, würde ich sagen, sobald dann die ersten Verluste kommen, neigen die Leute eher dazu, dass sie den Handelsplan einfach fallen lassen aufgrund Rache-Trades oder um einfach die Verluste einfach wieder zurückzuholen irgendwie. Und somit wird der Handelsplan dann vernachlässigt und komplett links liegen gelassen. Das heißt eigentlich, so auch Rache-Trades, das ist dann automatisch gesehen wieder so ein bisschen so, diese Emotionen kommen dann wieder eigentlich raus. Die Emotionen sind halt, also das eine ist so ein bisschen eher rational, dieser Handelsplan, okay, sie ist stumpf einfach mal so dran halten. Das muss man halt auch durchziehen können, das ist diszipliniert auch dran arbeiten. Auf der anderen Seite kommen dann aber wie diese Emotionen und die sagen dann letztendlich, nee, nee, komm, mach das wieder so, wir müssen das, du musst heute ein Profit sein. Wie so eine kleine Stimme eigentlich, die so der böse Teufel, der auf der Schulter sitzt. Dann hast du noch den Guten, der auf der anderen Seite, aber der Gute muss immer stärker letztendlich sein. Okay, wie hast du da noch so den einen oder anderen Tipp nochmal so, so deinen, ja, deinen Emotionstipp letztendlich so im Trading, dass du, also wie kommt es zustande, dass du dich komplett an diesen Handelsplan einfach hältst, dass sich da nichts von abbringt, dass du das wirklich straight halt auch machst? Also ich sag mal, dadurch, dass ich halt auch schon öfters Verluste gehabt habe oder auch mal ein Konto verloren habe, ist mir dann einfach, da hat es dann ab und für mich gereicht und ich habe gesagt, dieser Handelsplan muss so befolgt werden. Und wie gesagt, mit der Geduld habe ich es halt so gemanagt, dass ich mir halt einen Timer stelle und das war es für mich eigentlich. Und wenn Verluste sind, dann sind Verluste, die werden immer da sein. Ja, okay, das ist auch geil, genau. Ja, das ist mega auf jeden Fall. Also es ist eigentlich gar nicht so viele Regeln, du hast jetzt irgendwie gar nicht irgendwie 30 Regeln, die du alle befolgst, sondern eigentlich ein simples Konzept eigentlich gemacht, was zu dir passt, zu deiner Art, zu deinen Trading-Steals, zu deinem Alltag, zu deinem Leben letztendlich. Und ja, du replizierst das einfach jeden Tag letztendlich. Das ist geil. Gibt es auch mal Tage, wo du nicht tradest? Es gibt auch mal Tage, wo ich nicht trade. Also wenn mein Setup, was ich anwende, wenn das so nicht am Markt ist, dann wird für mich auch nicht getradet. Dann hat sich der Tag vom Trading her für mich erledigt. Weil für mich macht es persönlich keinen Sinn, dann irgendwas zu traden und das ist dann ein Verlust und also nein. Ja, ja, okay. Nice, cool. Mega auf jeden Fall. Ja, es ist wirklich, macht mir auf jeden Fall Spaß mit dir, auch dieses Interview letztendlich auch zu führen. Ist mega. Ich denke auch, die Zuschauer kriegen es da halt auch nochmal so ein bisschen mehr Einblicke halt auch, was so im Trading-Alltag letztendlich auch passieren kann. Und ich hoffe, du hast halt auch mitgeschrieben, die wichtigsten Punkte halt einfach, weil das wirklich Gold wert ist. Ja, das ist wirklich, ja, wirklich essentiell. Was würdest du selber sagen? Also, könntest du es selber auch weiterempfehlen, so letztendlich unser Mentoring-Programm? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ich kann es, das ist, ich kann es nur weiterempfehlen. Also, wie gesagt, man, mir wurde von Anfang an unter die Arme gegriffen. Ich konnte immer kommen, wenn ich Fragen habe und habe so viel gelernt vom Mindset auch und allem drum und dran. Also, es ist sehr empfehlenswert. Okay. Definitiv. Okay, sehr geil. Also, würdest du sagen, hat dein Leben schon komplett auch verändert? Ja, also, das Mentoring hat mein Leben komplett verändert, ja. Soweit, dass ich halt in der finanziellen Freiheit bin. Ja, okay, geil. Ich denke, das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Hat sehr viel Einblick halt auch hier ja auch gegeben. Und ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal zum Essen. Mein Magen knurrt schon. Mein Magen auch. Also, ich habe auf jeden Fall auch Hunger. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du auch hier bist. Und ich hoffe auch, jeder da draußen hat da gute Learnings auch mitnehmen können, auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank, Yannick. Danke dir. Hast du noch irgendwie so ein letztes Wort, was du vielleicht den Menschen da draußen noch mitgeben möchtest, die vielleicht auch in diese Unabhängigkeit gehen möchten? Irgendwelche, so ein Outro letztendlich von deiner Seite halt noch so. Was würdest du denen noch mitgeben? Was würdest du deinem 13-jährigen Ich sagen? Fokussier dich nur auf dich und hör nicht drauf, was andere Leute sagen. Ah, okay. Das ist eigentlich für mich das Wichtigste und sollte auch immer das Wichtigste sein. Okay, geil. Mega, okay. Hat mich mega gefreut auf jeden Fall. Ich auch, danke. Ich würde sagen, wir gehen dann zum Essen. Und schön, dass du auf jeden Fall da warst, dass du das Team auch kennengelernt hast. Und dann gehen wir jetzt einmal zum Essen. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020